ok willkommen zurück zu depone doomsday mit dem magazin die aktuelle ausgabe der herz ach die können wir jetzt mitnehmen okay vielleicht schützen okay ich habe auf jeden fall einen plan was willst mit dem hut magazin machen können das doch jemand der einen gut hat der mehr platz für stirnfalten look ist momentan voll angesagt was zeig mal mützenmodell ansger fleischhut bestätigt männer mit dieser verkanzen wenn das so ist okay denn ich meine tober mit okay vielleicht können wir irgendwie setzen großartig eine gold attrappe sehr schön okay jetzt haben wir eine gold attrappe den können wir doch hier bestimmt schon jetzt können wir uns fotoapparat hinsetzen das ding steckt schon drinnen selbstauslöser und okay die kamera habe ich mir wieder mitgenommen so selbstauslöser ach die attrappe ist noch nicht drin sekunde eines kleinen loch sehr schön selbstauslöser sehr schön ok haben wir es jetzt die kamera liebt sie kann es nur nicht ah hier war das Foto jetzt was kriege ich besser hin? ich sehe super aus, aber Gold hat gerade eine Fratze geschnitten aha ok jetzt müssen wir noch besser hinkriegen da wollen wir zum Beispiel den Rink den der Wombat geklaut hat ah und das Zuckerherz zum Beispiel nur weiß der Liebe noch mal den Rink da müssen wir erstmal ja kann man nochmal aufstellen versuchen wir es erstmal so ist schon mal besser sehr schön oh ein zweites Foto das kriege ich besser hin ich sehe super aus, aber Gold hat gerade eine Fratze geschnitten das kriege ich besser hin ich sehe super, aber Gold hat ok welches davon ist jetzt das bessere ok vielleicht können wir es mal ausprobieren indem wir das mal in Lymphometer stecken das können wir einfach so ausprobieren 0 ok das andere 1 von 3 das ist bestenfalls eine kleine Schwärmerei 1 von 3 da fehlen noch 2 ich sage nur ok das ist das schlechte Foto tja das Magazin mit den Turnbahnen haben wir jetzt können wir noch jemand anders das Magazin zeigen der hat auch ein Magazin in der Hand vielleicht brauchen wir das noch irgendwo für aber ich würde jetzt keine Klinik rein ach ja das Publikum können wir vielleicht hier bekommen das hatte ich schon die Idee können wir denen irgendwas geben das mitkommt was siehst du da? das ist die Herz ein Modemagazin für Hüte brauchst du es noch? ok dumme Frage wollen wir tauschen? ich habe die aktuelle schau mal dein Hut ist total out kein Wunder eine Ausgabe von Herz ist über 10 Jahre alt in langen Wüstennächten hielt sie mich bei Verstand aber zu welchem Preis? hier nimm ich brauche sie nicht mehr viel geholfen hat sie dir ja auch nicht ok das ist die aktuelle willst du deinen Hut gar nicht ablegen? nein in meinem Alter rennt man nicht mehr jedem Trend hinterher Hüftgelenksarthrose? Hüftgelenksarthrose aha willst du deinen Hut gar nicht ablegen? ja entgegelt ok können wir eben vielleicht ich weiß nicht was ich meinen Hut nützt aber jetzt kommen wir den Propheten ja mal kannst du die kommenden Hut Trends voraussagen? ich bleibe lieber unkonkret nicht dass am Ende noch Kriege wegen meiner Lehren geführt werden aha vielleicht ein Bild schau mal meine Freundin du datest eine Bowling Kugel? tja das hast du nicht vorher gesehen was ok schau mal meine Freundin du datest ok ok das ist ja das gleiche wenn wir ihm jetzt hier das Retro-Magazin kannst du die kommenden Hut Trends voraussagen? ich bleibe lieber unnichter ok vielleicht können wir ihm jetzt wieder die dieses Maxing geben vielleicht hilft ihm das schau mal extravagante Hüte sind retro und darum wieder voll aktuell oh je das heißt ja ich bin voll hinter dem Trend wo bekomme ich denn jetzt einen extravaganten Hut her? da habe ich vielleicht was für dich ähm das ist doch bestimmt extravagant genug hä? was soll das denn sein? ein Hut vielleicht und ein extravaganter dazu her damit und er schmeichelt der Kopfhaut tja da gibt es mir ja einiges zu schmeicheln ok ach sei mal flexibel kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? nein ohne ok er müsste nochmal das neue Magazin schau mal der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt ein Glück dieses Monstrum hier macht mir nämlich langsam Kopfschmerzen ui kannst du jetzt eine Vorhersage machen? wie denn? ich habe immer noch keine oh verstehe ach warum nicht? worum geht es? also ich brauche ein romantisches Foto von mir und meiner Freundin um ein Boot auszuleihen hast du etwa keines im Portemonnaie? ja aber kein ausreichend romantisches zeig mal was? was ist? ist das etwa deine Freundin? ich hoffe ihr plant keine Kinder ja einfach in Zukunft ok schon gut ich glaube ich empfange tatsächlich ein Bild aber was ist das? eine Feedback Schleife oh nein ein Feedback Schleife ok Oh, ist das noch Teil der Vorhersage? Wie unheimlich. Was ist mit ihm passiert? Äh, hallo? Ähm, was? Oh, entschuldige, bitte. Ich muss kurz eingenickt gewesen sein. Na, gestern wohl etwas länger, was? Wer hätte gedacht, dass sie so tief in der Provinz so gute Goa-Partys schmeißen? Okay. Und nun? Okay, jetzt hat er uns etwas vorhergesagt, aber, ähm... Schau mal, zeig mal. Was ist da? Ich hoffe, hieß einfach schon. Ich glaube, aber eine... Schnell, nimm das. Äh, äh... Ist das noch Teil der Vorhersage? Okay. Und nun... Jetzt haben wir ihn... Ähm, ne, jetzt haben wir ihn gebrochen. Okay. Okay, wir wollen nochmal mit ihm reden. Okay, wir brauchen Hammard Meisel. Aber wie, was, wann, wo... Er hat uns nochmal das gesagt, ach so, der, der Kollege hier beim... Beim Liebestunnel... Der sagte uns, dass wir hier... Welche Sachen wir brauchen... Ähm... Romantisches Essen, Zeichen der Verbundenheit... Stern vom Himmel... Stern vom Himmel... Okay, romantisches Essen müssen wir bekommen. Eine Stern vom Himmel pflücken. Okay, wo ist Gott? Können wir den wieder rausnehmen? Können wir den wieder rausnehmen? Wahrscheinlich nicht, oder? Okay, wir kriegen jetzt romantisches Essen her. Okay, das Zeichen der Liebe haben wir... Dann wird das... Das hier hingehangen... Romantisches Essen, wo kriegen wir das jetzt her? Dann müssen wir die Ratte dann... Einheit des Wombards schlachten. Okay, ihm nochmal das Fotozeichen nachdem jetzt der... Der Hesia das geduldet hat. Könnt ihr was bringen? Schau mal... Meine Freunde! Du, der... Okay... Können wir uns erst mal um den Stern... Können wir den irgendwie fotografieren? Der würde sich gut auf dem Foto machen... Aber ich bezweifle, dass ich die Fotowand hier raufgebucht bekomme. Ich wünschte, Goal könnte das sehen. Hast du's bequem da oben? Okay, die Hand haben wir gerade nicht mit... Das Retro-Magazin. Mein Vorhaber. Irgendwer ist die Models... Mein Vorhaber. Okay. Es gibt diese Option, aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Einfach... Okay. Als ob. Das ist schon ziemlich albern. Was soll's. Für die Liebe. Als ob. Stern vom Himmel holen. Check. Okay, wir haben einen Stern vom Himmel geholt. Als ob. Stern vom Himmel holen. Check. Der Ring war das, was noch gut war. Das war doch nicht wirklich gemeint. Oh je. Okay. Können wir das noch irgendwo... Zu Goal ist Attrabe hinzufügen. Sehr schön. Und jetzt mal ein kleines Foto machen. Ist das doch schon zwei von drei im Wert. Müssen wir noch den Ring kriegen. Der Ring war das, was noch gut war. Okay, jetzt noch mal ein drittes Foto. Ach, mit Stern. Ach, hier mit... Das sieht man sogar. Ich hab nicht drauf geguckt. Ohne Herz, hier mit Herz, hier mit Herz und Stern. Das kriege ich besser hin. Ich sehe super, Oll. Danke. Okay, aber was mit dem Essen? Vielleicht ist das irgendwie... Vielleicht ist das Herz ja schon. Da braucht man nur noch den Ring für. Okay. Okay. Und wir können es mal ausprobieren. Liebestunnel. Das Foto. In Laphometor stecken. Okay. Brauchen wir noch was zu essen und den Ring. Und jetzt das Publikum vielleicht. Was ist das? Ein neuer Lebenszweck vielleicht. Auch nicht schäbiger als der alte. So viel steht fest. Lass trotzdem mal stecken. Okay. Können wir die irgendwie dazu überreden, uns den Wombat zu fangen? Hey, da, gefattert! Redest du mit uns? Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Nein, danke. Wir werden nie wieder an etwas glauben können. Außer der Typ da oben kommt langsam mal zu Potte. Oder natürlich die Werbung für Dr. Uebel's Tiefkühl-Crunchitos. Stimmt. An die glauben wir. Ja, die Alternative wäre undenkbar. Okay. Ich verschwinde lieber, sonst kriege ich noch Langweilitis. Okay, können wir ihm vielleicht irgendwie... Können wir ihm... ...Hammand Meister abnehmen? Dann können wir... Was können wir mit Hamand Meister... Können wir den... Können wir den Kollegen runter meißeln und dann... Ja, weiß ich auch nicht. Was... 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 Eine echte Vision braucht er... Kannst du die Komp... Nicht... Kannst du die... Nicht... Hm... Aber wie... Können wir ihn vielleicht... Fotografieren? Aha, sehr gut. Dann ist der Film nicht alle. Und jetzt, als hättest du unter dich gemacht. So, ich glaube, ich habe alles, was ich sehen wollte. Es war eine Freude, mit dir zu arbeiten. Okay, Visionsfoto. Okay, wenn er jetzt das Visionsfoto sieht, hat er bestimmt... Eine Vision. Oder was auch immer. Es könnte uns weiterhelfen. Es könnte, könnte, könnte. Es gibt also eine Vision. Nun, hier hast du einen. Aha. Ich erkenne... Gar nichts. Ich weiß, es ist verwackelnd. Das ist der temporale Jetlag. Das letzte Mal, dass ich geschlafen habe, ist in 10 Stunden. Du verstehst mich falsch. Ich finde es super. Explizit werden? Mach nur angreifbar. Es sieht so aus wie ein Tunnel. aus ein und demselben Bild. Und ein Ende ist nicht zu erkennen. Das hat irgendwas mit einer Feedback-Schleife zu tun. Perfekt. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das letzte Gebot lauten muss. Eine Kühnermann-Masse. Jetzt brauche ich nur noch eine Methode, sie auf Stein zu bringen, ohne das 4-3-4-te Gebot zu verletzen. Hier, nimm meinen Meißel. Ich habe keine Verbindung mehr dafür. Ja, sehr gut. Kannst du die... Kannst du die Wasser-Mal-Farben haben. Abwaschbare Wasserfarben? Perfekt. Damit kann ich endlich das letzte Gebot vollenden. Sehr schön. Mit rote Farben. Sehr schön. Ich bin so enttäuscht. Habt ihr auch plötzlich das Bedürfnis, zurück nach Haldica zu gehen, um religiöse Spinnertod zu metzeln? Wir sollten definitiv unsere Entscheidung, unser Leben zu überdenken, überdenken. Genau. The show must go on. Du sagst es. Gut, gut. So, jetzt noch mal mit denen reden. Vielleicht helfen sie mir jetzt mal beim Minispiel. Den Wombard fangen. Und braucht eine Aufgabe. Da hätte ich was für euch. Lass hören. Wir haben lange genug hier rumgegammelt. Ach, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, ob das was für euch ist. Es geht darum, einen Ring zu suchen. Dreht weiter. So ein Biest hat ihn geklaut und ist damit in ein Labyrinth geflogen. Sehr schön. Wir haben schon schlimmere Aufträge angenommen. Allemal besser als dieser Promojob für Babynahrung im Brickleys. Worauf warten wir noch? Die Zeit ist gekommen, meine Befreude. Zu lange haben wir den dunklen Hechten erlaubt, Tod und Schrecken über uns zu bringen. Seid ihr bereit, mir euer Schwert für die letzte, alles entscheidende Schlacht zu überlassen? Soll das da drüben etwa das Labyrinth sein? Ich interpretiere das als ein begeistertes Jawollo, los geht's. Jawollo, los geht's. Seid ihr bereit für die Schlacht? Für den Kampf aller Kämpfe, für die Creme aller Cremes, für den Simps aller Mimps. Wir haben noch gar nicht über unsere Ballonung gesprochen. Für Rum und Ehre! Hat er Rum oder Rum gesagt? Lassen wir es drauf ankommen. Für Rum und Ehre. Oh, ein Retro-Mini-Spiel. Okay. Oh, ah, Bombard. Na komm. Oh wei. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Der kriegt irgendwie keinen Schaden hin, oder? Okay, der Ende ist zu tot. Na toll. Wieder null Schaden. Ha ha. Gefurzgeräusch. Okay, zwei Schaden, immerhin. Wieder null Schaden. Na toll. Und Gefurz ist tot. Na toll. Let's go. Das müssen wir bestehen, bevor wir es. Ach du je. Erstmal schön umschauen. Oha. Und let's go. Das bringt nichts. Rufus bringt immer sehr viel. Das auch nichts. Rufus bringt am meisten. Ich sehe gar nicht seinen Energie bei Hütten. Ach, warum benutze ich ihn überhaupt noch? Kann ich mich irgendwie selbst beschützen, oder? Oh Mann. Versuch Nummer 3. Das nächste Mal lasst mich sprechen. Das nächste Mal lasst mich sprechen. Okay. Oha. Jetzt muss ich gekämpft werden. Oh Schreck. Gibt es irgendwie Zauberspruch, wie ich mich irgendwie... hier. Es gibt immer zwei Schaden. Das ist ineffektiv. Okay, verstehe ich es da noch nicht. Kann man das irgendwie überspringen? Oder muss man das bestehen? Es sieht fast so aus, als müsste man das bestehen. Überspringen. Das ist mir jetzt auch nicht wert. Ach, die sind alle gefallen. Und ich habe überlebt. Okay, aber ich habe den Ring. Einen hohen Ring. Das ist ja sehr gut. Okay, aber erst mal einmal weg ihn runter. Weil wir brauchen ihn dann später noch. Stillhalten. Genau. Oh Gott. Der Arme. Wo ist er gelandet? Und wo ist er denn gelandet? Oh. Hallöchen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zum Beispiel bräuchte er einen zuverlässigen Assistenten. Und nun guck mal im Spiegel nach, was ich da habe. Okay. Ein Einhornring. Der passt hervorragend. Leider kenne ich ihn. Achso. Äh, ja, dann müssen wir die Hand nehmen. Aber dann muss... Ich warte damit lieber noch auf den Rahmen, weil... Dann muss er den Auslöser drücken. Okay. Sieht fast wie ein Stinkefinger aus. So selbst auslöser, das ist wahrscheinlich nicht mehr. Das ist dein Plan. Porta Rustica ist noch wenige Stunden Flussauflatz. Wenn wir deine Abreise verhindern, kann heute Abend in Puba auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Könnte knapp werden. Bei Sonnenaufgang werde ich dort bereits aufreichen. Dafür ist besorgt. Ich habe uns ein Boot organisiert. Alles, was wir noch brauchen, ist ein romantisches Foto von Gold und mir. Und wo ist sie? Und was ist das da? Das Casting ist Sache der Regie, okay? Du operatest die Kamera. Und, ist es jetzt zurecht? Ja, geht los. Drück einfach auf den Auslöser. Let's go. Kamera, bitte. Ist ja alles vorhanden. Müsste klappen. Fotofreund. Augen schafft rechtschreitet. Oh, Gold. Sie hat ihn überreden können. Oh nein. Und wir. Du Schreck. Alles umsonst. Ich will es nicht wissen. Das Boot ist bereit. Komm jetzt. Sie hat es hier. Beide. Was? Mac, mach den Kopf zu. Den habe ich nicht. Komm. Wir. Wir.